Schnell, steigen Sie ein. Vorwärts, wir müssen weg. Hier zwei, besagtes Fahrzeug in Sicht, ein Mann und eine Frau. Willkommen Sie jetzt keinen Schreck. Aber falls ich entdeckt wäre, wäre es besser, wenn man Sie nicht sieht. Sie sollten den Kopf unten lassen, bis wir aus der Stadt raus sind. Warten Sie, ich helfe Ihnen. So gefällt mir das. Okay, die Lady hat jetzt ihren Kopf im Schoß von dem Kerl. Fahren Richtung Süden über den Key Bridge. Zwei nimmt Verfolgung auf. Roger, zwei. Eins an Condor, habt ihr Sichtkontakt? Roger, Eins, hier ist Condor. Objekt ist in Sicht, ich wiederhole, wir haben Sichtkontakt. Wir sehen ihn ziemlich gut über Infrarot. Oh, oh ja. Sie hat den Kopf genau zwischen seinen Beinen. Oh, oh. Vielleicht ist sie nur müde. Okay, da sind wir. Meine Wohnung in der Stadt ist im Moment ein bisschen zu heiß. Genau wie mein Penthouse in New York. Aber hier sind wir sicher. Wozu genau brauchen Sie mich? Helen, ich möchte, dass Sie meine Frau werden. Aber ich bin schon verheiratet. Nein, nur für die Operation in Paris. Da muss ich verheiratet sein. Sie werden nach einem alleinreisenden Mann suchen. Paris? Sie wollen, dass ich nach Paris fliege? Paris. Mit einem Kurzaufenthalt in London. Helen, es gibt einen Doppelagenten in meiner Truppe. Ich weiß nicht, wer. Ich kann niemandem vertrauen. Außer Ihnen. Können Sie sich freimachen? Nur für ein paar Tage. Ich, ähm, ich weiß nicht. Ich weiß schon, ich setze Sie unter Druck. Verzeihen Sie mir. Setzen Sie sich. Machen Sie es sich bequem. Ich schenke noch etwas Wein ein.